Schön, dass auch du wieder mit dabei bist, denn heute wirst du ganz besonders davon profitieren und schön, dass du dich wieder für deine Gesundheit interessierst. Es geht um das schwarze Gold, was wir hier für euch entwickelt haben. Und zwar, ihr seht einmal hier das Abbild, es ist wirklich pechschwarz. Und warum es so pechschwarz ist, das ist unser Herstellungsprozess. Schwarzkümmelöl ist in aller Munde. Es gibt kaum so viele Studien zu Schwarzkümmelöl wie zu irgendeinem anderen Stoff, zu jeder Thematik. Aber Schwarzkümmelöl ist nicht gleich Schwarzkümmelöl, denn unser Schwarzkümmelöl ist um Faktor 10 potenter als herkömmliche Schwarzkümmelöl. Und das beweise ich euch in einem Analysezertifikat. Und zwar, als allererstes starten wir, kaltgepresst ist nicht gleich kaltgepresst. Denn kaltgepresst besagt erstmal, dass die Samen nicht vorbehandelt worden sind und erhitzt worden sind, vorher geröstet oder wie auch immer. Beim Mahlenprozess des Öls, beim Quetschen, entstehen aber Temperaturen, gerade wenn es auf großen Mengen produziert wird. Was wir auf keinen Fall machen, das ist Manufakturarbeit, entstehen Temperaturen von über 150 Grad. Und gerade die Wirkstoffe, das Thymeknol, der Hauptwirkstoff, das Schwarzkümmelöl ist so extrem anfällig für Hitze. Und wir sehen mal dieses Bild hier bei uns. Wir sehen Temperaturen eigentlich unter 30 Grad. Das ist noch weit unter Rohkostqualität. Und nicht nur das, nur fürs Video, aber normalerweise machen wir diesen Prozess auch bei Licht aus. Und dann kommt das Öl noch in ein Miron-Glas, was gar kein Licht durchlässt. Das Glas ist wahrscheinlich so teuer wie manches Schwarzkümmelöl, der Inhalt bei uns schon. Aber jetzt kann man ja sagen, ja gut, was hat das jetzt zu tun, wenn ihr so niedrige Temperaturen dann wirklich kalt presst? Und das zeige ich euch jetzt in meinem Analyse-Zertifikat. Das Entspannende sehen wir hier. Normales, das herkömmliche Bio-Kaltgepresste Schwarzkümmelöl. Ja, Thymykonol-Gehalt sehen wir. 0,02. Wir sehen jetzt unser Zertifikat von unserem Schwarzkümmelöl, ebenfalls bei dem gleichen Labor. Ja, so. Und wir sehen 0,2. Das heißt, 10 Mal so viel Thymykonol haben wir, den Hauptwirkstoff des Schwarzkümmelöls in unserem. Und das merkt man deutlich. Dieses Öl ist maximal 7 Tage alt. Ja, ihr bekommt es wirklich ganz, ganz frisch. Ihr habt ja bestellt. Natürlich, so frischeres bekommt ihr jetzt auch. Ja, und das schmeckt man auch einfach. Ja, es ist nicht nochmal durchgefiltert. Es ist wirklich so kräftig und stark, ja, dass ihr sowas noch nie gespürt habt. Selbst ich habe mich erschrocken an meinem Blutzucker und an meinem Blutdruck, ja, wie tief das nochmal wirklich durch dieses Stoff dann gesunken ist. Das ist wirklich Wahnsinn. Das heißt, für Menschen, die wirklich sehr, sehr tiefen Blutdruck haben, ist das nicht ganz so geeignet, ja, weil es wirklich wahnsinnige starke Wirkungen hat, wenn man wirklich Hochqualitatives hat. Ich zeige euch jetzt einige Studien, viele Studien. Das ist das aufwendigste Video dieses Jahr, was ich gemacht habe. Ich habe bestimmt 20 Studien, Goldstandardstudien, die höchste Priorität, also die höchsten Standards, ja, randomisiert, Placebo, blind und so weiter, für euch vorbereitet mit Menschen, ja, wirklich nur Menschenstudien. Und dann noch Meta-Analysen untermauert. Ja, ihr seht unten drunter auch 20 Studien, ja, alleine schon, weil nur Pulver benutzt worden ist oder halt eben nicht dieses hochwertige Öl, was wir haben, schon wirklich bahnbrechende Ergebnisse, was ich euch gleich zeigen werde. Und ich möchte nicht daran überhaupt mal eine Sekunde denken, was für Ergebnisse wären, hätte man dieses Öl hier benutzt, ja, was ja nochmal zehnmal potenter ist, dann wäre das Produkt wahrscheinlich morgen verboten, ja. Also wir gehen jetzt mal ins Voice-Over. Viel Spaß dabei. Wie gesagt, das Produkt gibt es jetzt ganz frisch unten. Sehr kleine Charge leider nur, weil wir es wirklich nur sehr, sehr aufwendig herstellen können. Aber das Produkt hat es wirklich innen. Viel Spaß beim Voice-Over. Los geht's. So, willkommen zurück. Und jetzt wird es nochmal richtig spannend. Als erstes eine randomisierte, placebo-kontrollierte Studie, also Goldstandard, ja, das Höchste, was überhaupt man machen kann. 40 Teilnehmer. Das Thema war die beeinflussende Funktion der Schilddrüse. Wir wissen mittlerweile, ein Drittel der Menschen haben Abnormalitäten und fast 80 Prozent der Menschen bei einer Optopsie haben Abnormalitäten der Schilddrüse, ja. So, dies wurde durchgeführt über acht Wochen. Leider nur Pulver, ja. Stellt euch mal vor, wie potent jetzt eine Essenz wäre, halt, ja. So was wie ein Öl oder so was halt, ja. Doch zuerst erstmal wichtig. Das TSH, das ist das Schilddrüsenstimulierende Hormon, ja. Hast du davon hohe Werte, arbeitet deine Schilddrüse nicht gut. Denn sonst würde die Hirnanhangdrüse nicht viel von diesem Schilddrüsenstimulierenden Hormon ja produzieren, wenn deine Schilddrüse gut arbeiten würde. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. So, das heißt, ist das TSH relativ hoch angesiedelt bei dir im Blut? Arbeite deine Schilddrüse nicht so effizient. Wir sehen hier, das TSH ist gesunken, da deine Schilddrüse jetzt besser arbeitet in der Schwarzkümmelölgruppe mit einer statistischen Signifikanz. Des Weiteren sehen wir hier natürlich auch die Schilddrüsenhormone T3, aber vor allem auch das T4 mit einer statistischen Signifikanz. Einen deutlichen Anstieg der Schilddrüsenhormone in der Schwarzkümmelgruppe. Da das T4 andere Faktoren braucht als das T3 zur Umwandlung, denn dazu werden natürlich noch Selen und Vitamin A benötigt, kann ich mir aber vorstellen, dass gerade das Schilddrüsenprodukt von uns mit Kombination mit dem Schwarzkümmelöl jetzt ein richtiger Booster sein würde. Jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, und zwar Antikörper gegen Schilddrüsen eigene Enzyme wurden gemessen. Die sind Anti-TPO heißen die. Da geht es um Peroxidasen, das heißt, dass sie das Jod normalerweise addieren an das Tyrosin. Wir sehen hier eine statistisch signifikante Senkung. Diese haben sich nämlich halbiert. Das heißt, die Antikörper gegen deine Schilddrüse in der Schwarzkümmelgruppe zum Vergleich, die Placebo kaum Unterschied zu messen. Schwarzkümmel reguliert das Immunsystem in der Studie so, dass weniger Antikörper gegen die Schilddrüse gebildet werden und damit natürlich auch Autoimmunkrankheiten. Ich habe selten so etwas Sensationelles gesehen. Erzählt sehr gerne euren Mitmenschen davon, denn dann mache ich diese Videos hier nicht einfach nur so, sondern auch wirklich, dass das auch Menschen erreicht. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ich bin da mit euch im Einklang. Wir sind voneinander gesehen in gewissem Maße abhängig. Wir schauen noch mal auf die Abbildung der Wissenschaftler hier in der Studie und wir sehen, dass der Hauptwirkstoff, Thymykonon, der ja bei uns 10 mal höher ist als normalen Schwarzkümmelöl, da das Sättigungsgefühl steigt, sinkt auch das Gewicht, was ich auch bei mir bestätigen kann. Schilddrüsehormone werden stimuliert. Antikörper werden gesenkt gegen die Schilddrüse. Lipogenese sinkt, also Fettaufbau, und Lipolyse steigt, also Fettabbau. Insulinresistenz sinkt, kann ich bestätigen, mein Blut sogar sich deutlich verringert. Oxidativer Stress sinkt, sowie Entzündungen, und Hemioxygenase steigt, was unfassbar wichtig ist, denn ein roten Blutkörperchen wird normalerweise umgewandelt in ein fettlösliches Antioxidant, das Biliverdin. Und dafür brauchen wir ganz, ganz dringend die Hemioxygenase. Und die steigt und senkt die Zyklooxygenase, welche die Bildung von Prostagladinen vorantreibt, welche Entzündungen fördern wir dem Körper. Und wichtig, reguliert die VEGF, das sind Wachstumsfaktoren des Endothels, der vielleicht wichtigsten Zellschicht bei uns im Körper. Und damit steuert es den Blutdruck, was ich deutlich bestätigen kann, bei mir um knapp 10 Punkte systolisch und 7 diastolisch. Machen wir weiter. Eine doppelblind-randomisierte Placebostudie zu Nierensteinen. Das ist die häufigste Niereinkrankung überhaupt und betrifft 5% der Bevölkerung. Wieder Goldstandardstudien basierend. Wir sehen hier, die Größe der Nierensteine hat sich fast um den Faktor 3 verkleinert, hingegen in der Placebo-Gruppe keine Veränderung. Und das mit einer statistischen Signifikanz. Einfach unglaublich. Wir sehen hier auch nochmal, in der Placebo-Gruppe kam es zu weiteren Wachstum in Schwarz, der Nierensteine. In der Schwarzküppel-Gruppe gibt es nur Verkleinerung oder Ausscheidung von Nierensteinen. Auch hier wurde wieder nur Kapseln ergeben und nur 500 Milligramm über 10 Wochen. Ich würde gerne wissen, was mit Öl passiert würde. Die Konklusion sagt eben auch genau das, wenn man größere Nierensteine ausscheiden möchte, braucht man eine Essenz. Und das wäre ja eigentlich das Öl. Eine weitere Goldstandardstudie, doppelblind-randomisiert Placebo, wo es um Menschen mit einer Nicht-Alkoholfettleber ging. Wir sehen hier wieder den gleichen Trend. Blutzucker und Insulin sind statistisch signifikant gesunken, damit auch der HOMA-IR, also der Aufschluss gibt über die Insulinresistenz. Gerade bei Typ 2 Diabetes ganz, ganz wichtig, da er sich aus beiden berechnet. Das Placebo schnitt deutlich besser ab in dem Verbesserungsprozess. Das können aber nicht nur Goldstandardstudien zeigen, sondern eben auch Meta-Analysen aus 17 randomisierten Studien. Siehe hier, den gefassteten Blutzucker senkte das Schwarzkümmel statistisch signifikant. Auch statistisch signifikant, in den 17 randomisierten Studien senkte der Schwarzkümmel den Langzeitblutzucker, den HbA1c-Wert. Konklusion natürlich, statistische Senkung des Zuckers. Und Autoren hatten auch keinen Interessenskonflikt. Zurück zur anderen Studie. Wir sehen hier die Fibrose, das heißt die Verhärtung von Gewebe in der Leber, welche statistisch signifikant gesenkt wurde, in der Schwarzkümmelgruppe, nicht in der Placebo. In beiden Gruppen kam es zu einer Verringerung der Steatosis, das heißt Fettleber, statistisch sogar. Aber hier auch in der Schwarzkümmelgruppe deutlich vehementere Verbesserung. 30% Verringerung Fettleber in der Schwarzkümmelgruppe, hingegen nur 12% in der Placebo, das heißt mehr als doppelt so stark. Auch zum Thema Lunge gab es eine randomisierte Placebo-Studie, zum ACT-Test, der Asthma-Kontrolltest. So ein Test sieht so aus, je mehr Punkte, desto weniger beeinflusst das Asthma die Menschen im Alltag. Und wir sehen hier einen signifikanten Anstieg gegenüber der Placebo-Gruppe. Auch zu den Nieren gab es eine randomisierte Studie. Mit Nieren erkrankten 150 an der Zahl. Schauen wir uns die Ergebnisse an. Der Unterschied in der Gruppe war 2,5 Milliliter, ein Teelöffel quasi, Schwarzkümmelöl. Beide bekamen Alpha-Keto-Analoge von Aminosäuren. Schauen wir uns die Creatinin-Werte an, die darüber Aufschluss geben, oder die Filterfunktion der Nieren. Beide Gruppen zeigten einen guten Abwärtstrend und damit bessere Filterleistung. Aber die Schwarzkümmelölgruppe schnitt noch besser ab. Und damit auch die korrelierend die Proteinmenge, die im Urin verblieben ist, nimmt ab. Was ein klares Indiz für eine bessere Filterfunktion ist. Auch hier die Schwarzkümmelölgruppe zeigt eine stärkere Besserung. Das Urinvolumen ist bei beiden circa identisch geblieben, was gut ist. Abschließend die Filtrationsrate der Niere deutlich, deutlich besser in der Schwarzkümmelölgruppe einfach fantastisch nur 2,5 Milliliter am Tag hier in der Studie verwendet. Auch eine Studie bei Kindern zu Hirntumoren, welche eine Chemo erhalten. Die eine Gruppe hat 5 Gramm Schwarzkümmelsamen am Tag gegessen und die andere eben nicht. Das Problem ist, Kinder bei einer Chemo bekommen oft eine Verringerung von Immunzellen, besonders die neutrophilen Granulozitten. Wir sehen hier, die Kinder mit den Schwarzkümmelsamen haben deutlich mehr Immunzellen behalten, trotz der Chemo, und zwar mit einer statistischen Signifikanz. Wieder Goldstandard-Placebo randomisiert blind mit 90 Probanden. Das Interessante hier, wurden die Entzündungsmarker im Blut untersucht, 3 Gramm Öl wurden pro Tag verabreicht. Wichtig sind dabei Tumor, Nekrosefaktor, Alpha, Interleukin 6 und das ganz wichtige CRP-Wert. Das ist der Entzündungsmarker. Wir sehen hier deutliche Abnahme des CRP-Werts mit einer statistischen Signifikanz gegenüber der Placebo ohne Schwarzkümmel. Auch hier gibt es eine Meta-Analyse zum CRP-Wert, dass es nicht nur auf dieser Goldschnallstudie einmal berufen wird, die ja schon sehr aussagekräftig ist mit 90 Probanden, aber ebenfalls noch eine Meta-Analyse aus 90 Studien. Schwarzkümmelöl, CRP-Wert. Das sehen wir hier eindrücklich, wie statistisch Signifikanz auch noch bei den Studienanzahlen. Der CRP-Wert sinkt dank Schwarzkümmel. Kommen wir zu einer anderen randomisierten Doppelblind-Studie mit 70 Teilnehmern und diese haben wieder 2,5 Millimeter Schwarzkümmelöl enthalten. Es ging diesmal um den Blutdruck, systolisch, wenn das Herz quasi Blut auswirft, diastolisch, wenn das Herz quasi zusammensackt. Wir sehen hier eine statistische signifikante Senkung von 130 auf 120 systolisch für die Schwarzkümmelgruppe und keine nennenswerte Veränderung in der Placebo. Das gleiche gilt für diastolisch. 77 auf 67 gesunken Schwarzkümmelöl Placebo, so gut wie kein Unterschied. Hier haben wir ebenfalls eine Meta-Analyse-Studie zu 30 Studien wurden zusammengefasst. Schwarzkümmelöl Blutdruck. Der gleiche Trend systolisch und diastolisch sehen wir hier. Beide statistisch signifikant haben den Blutdruck dank Schwarzkümmel gesenkt. Auch hier wieder nur Pulver, aber anscheinend schon ausreichend. Stellt euch mal vor, was Ölleisten hat. So auch die Konklusion sprechen die Wissenschaftler von einer signifikanten Senkung durch Schwarzkümmel. Von den Mechanismen ist aber noch keine Spur. Das heißt, sie wissen noch nicht ganz genau, wie das überhaupt funktioniert, wie das Schwarzkümmelöl das überhaupt macht. Und das ist doch das ganz, ganz Spannende. Wir sehen hier übrigens noch Nieren- und Leberwerte. Keinen großen Unterschied in dieser Meta-Analyse. Das ist doch mal ganz, ganz wichtig, dass gerade die Veränderungen in den Studien, die ich präsentiert habe, aber Menschen vonstattengegangen sind, die Abnormalitäten aufweisen. Das heißt, Schatzkümmelöl hat eher einen regulierenden Einfluss. Das muss man noch ganz zum Schluss gesagt haben. Ich denke, das ist mehr, mehr, mehr als eindrucksvoll. Ich bin absolut sprachlos, was diese Studien hier schon zeigen mit nicht dem hochwertigsten Produkt. Kauft euch sehr gerne mal ein Blutzuckermessgerät oder ein Blutdruckmessgerät und wie auch immer. Messt mal euren CRP-Wert beim Arzt vorher und nachher, nach ein, zwei Flaschen. Und ihr werdet merken, es ist nicht von dieser Welt, dieses Produkt. Viel Spaß auf purazell.de. Das könnt ihr jetzt bestellen oder unter dem Video ist der Link. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns gleich auf purazell.de. Bis zum nächsten Video. Ich sage, ciao.